Hoch oben im frostigen Rheinraum spannt der Weihnachtsmann einmal im Jahr seine stärksten Rentiere für seinen Nanocar, um Hund und den Globus das Weihnachtswunder zu vollbringen. Um den umfangreichen Ladungsträger-Transport zu absolvieren, benötigt er ein äußerst rapazierfähiges dynamisches Netzwerk aus 2D-Polymeren, in das er all die vielen Geschenke packen kann. Eines Weihnachtsabends jedoch wurde der Zustand des Algorithmus immer schlechter. Riesige Graphenflocken vermischten sich mit sichtabsorbierenden Hexazenmolekülen und verdeckten den ganzen Himmel. So konnte der Weihnachtsmann nicht starten und das frohe Fest drohte auszufallen. Da trat ein mutiges und ganz besonderes Rentier mit kräftigen Myofibrillen an den Weihnachtsmann heran. Es war Rudolf, das Rentier mit der roten, luminiszierenden OLED-Nase. Lass mich deine Nanoschlitten anführen und euch mit meiner niedrigen Energienase wegleuchten, sagte Rudolf. Und so spannte der Weihnachtsmann Rudolf ganz vorn an. Und sie flogen trotz der vielen gefrorenen Wasserstoffmoleküle durch die Laminarströmung der Atmosphäre. Weihnachten war gerettet. Und Rudolf, der neue Star, ein eisiger Himmel des Nordpols. Es kommt eben immer auf das richtige Systemdesign an. Das ist unsere spezielle CFAD-Weihnachtsgeschichte. Wenn ihr wissen möchtet, was die seltsamen Worte dieser Geschichte mit unserer Forschung zu tun haben, dann folgt den Links. Frohe Weihnacht. Frohe Weihnacht. Frohe Weihnachten.